hallo liebe freunde der sonne herz willkommen zum live video mein name ist wanoch mohamed und wir sind jetzt gerade im aqua hotel und ich wollte ein bisschen informationen geben zu unserem programm die wir jetzt diese woche alles anbieten denn da waren so viele fragen aufgetaucht bei den schönen sachen die wir diese woche für euch haben und übrigens ich habe heute richtig lust gehabt auf so einen bogen schießen und ich bin echt gespannt es gibt wenig sachen die ich im leben noch nicht gemacht habe eins ist auf jeden fall davon bogen schießen und ich habe heute viele gegner hier und so viele leute versuche ich einen besseren schuss zu machen heute ich bin echt gespannt wie das funktioniert also ich glaube auch nicht dass es allzu leicht ist so wie das im film aussieht wie bei winitou oder nicht wie nicht auch genau und robin hood robin hood und winitou hier ist jetzt diese zielscheibe und hier haben wir so einen richtig schönen bogen ja und mit dem probiere ich jetzt richtig schön gleich in die mitte aber bevor ich das mache erst mal zwei drei gäste lassen die schießen und gucken wie die das machen ich muss erst mal lernen und wenn ich dann die fehler sehe dann versuche ich irgendwas zu ändern weil ich habe halt nicht so viele chancen zwei drei chancen haben wir das jetzt hier die animation in der türkei in ganz vielen hotels gibt es das mit dem bogenschießen auch und bei der hitze machen doch schon sehr sehr viel vom publikum auch so dass ich auf jeden fall schon mal sehr interessant und damit ihr bescheid wissen noch mal zur information am freitag tritt ist stefania auf bei uns die tochter von den wollen ist dies am freitag am freitag bei uns im beachclub und tritt auf und wir haben geplant jeden jeden freitag und wenn nicht sogar also wenn sie dann auch noch ein bisschen zeit über hat sie ist ja auch sehr viel anderes machen wenn sie zeit hat dann machen wir jeden freitag und sogar noch dienstags ja und das ist jetzt nicht nur für die ich mache so ein briller freund nicht falsch verstehen das ist jetzt nicht nur für diese woche wer das mit den mit der beachclub dass ihr einen auftritt macht das ist jede woche am freitag und am dienstag und ihr könnt auch selber vorbeilaufen vorbeikommen ja das ist morgen abend ist das morgen abend um 20.30 geht es los es gibt schon viele reservationen aber ihr könnt trotzdem auch selbst vorbeikommen weil manche kriegen das mit dem whatsapp nicht hin und dann denke ich mal so dass auf jeden fall noch was frei ist dass wir das dann schon hinkriegen aber ein bisschen besser schon wenn ihr über whatsapp bescheid gibt dann können wir uns besser darauf vorbereiten aber das wird ein unglaublich unglaublich sehr 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 schöne action abend mit feuerwerk mit ihr singen dann macht sie auf dann macht sie noch wie heißt das dann macht sie noch autogramm stunden und so eine schöne ambiance am strand also ich verspreche allen die kommen ihr werdet das im leben nicht vergessen natürlich kostet das 15 euro auch eintritt damit sich das auch rentiert vor uns und dass ich das dass ich halt diesen künstler auch wenn manche vielleicht mögen ihn nicht so sehr aber ich persönlich schätze ihre musik sehr ja und weiß dass ihr auch noch weiter mit irgendwo hinkommt warte jetzt zeige ich euch was hast du wie gesagt über whatsapp einfach anschauen er hat jetzt gerade geschossen er hat jetzt hier getroffen getrimoke hat hier geschossen ich kann nicht ab verlieren tun darf ich video machen ist das ok ich film danke jetzt jetzt macht er video ach jetzt macht er video jetzt mache ich video er macht den feilschießen der nette her man macht extra am arm so einen schutz dahin ja damit damit der damit die sehne nenne ich das mal nicht das arm weg haut dann also die die haut dann schlägt sag ich mal so jetzt bin ich gespannt oha was war das denn was war das denn boah robin hoods ja heftig liebe gäste keine sorge ich filme euch nicht wenn ihr hier schiebt ich mache nur von außen wen es nicht stört sagt okay stört nicht aber wen ist kein problem ich mache da nicht kamera aber wer sich film lässt kriegt 200 euro kennt ihr freunde der sonne habt ihr in youtube keine hotelvideos gesehen habt ihr keine hotelvideos gesehen von hier die region also fast alle hotels habe ich vorgestellt hier so jetzt bin ich gespannt ok er erzählt wie das funktioniert warte super 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 er hat aber viele feile ja bitte mir ok ja jesang er lässt mich nicht arbeiten ja ich will die feile holen Ich habe mich mit Freude zu tun. Ja, aber... Warte mal, wie du lebst. Ich bin mit einer Beechung. Ja, das ist eine Beechung. Ja, das ist eine Beechung. Das ist nicht so. Ja, Mann. Hier haben wir auch einen netten Herrn, der jetzt auch beim Bogen schießen wird. Jetzt erzählt er, wie das geht. Das muss gerade bleiben, der Arm. Das darf man nicht bewegen. Jetzt muss man ziehen, ziehen, ziehen. Aber der Bogen sieht ein bisschen schief aus. Ganz ein bisschen. Es wird schwer, glaube ich. Ich glaube kaum, dass es da was schafft. Oh! Oh! Maschallah! Bravo! Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Wow! Ja, Freunde, nochmal. Ähm... Also heute... Ähm... Am Freitag ist das, der Auftritt. Und Samstag haben wir das Valediven-Schifffahrt. Wer Lust hat, kann sich gerne anmelden über WhatsApp. Und dann kommen wir beim Hotel vorbei und bringen euch das Ticket. Das ist auch eine traumhaft schöne Schifffahrt ist das. Da wo wir mit dem Team alle zusammen dabei sind. Und ähm... Und dann... Es geht um 9 Uhr los. Manche wollten genau wissen, wie es abläuft. Es geht um 9 Uhr los. Da fahren wir gemeinsam zu den Fassungenkönigstädten, zum Apollo-Tempel, Schaumparty mit den Kindern. Machen wir ein bisschen Jet-Ski fahren. Dürfen hinten drauf sitzen. Wird mit der Drohne gefilmt. Und es gibt alles geschenkt dazu. Keine Extrakosten bei der Fahrt. Wein, Bier und alles drum und dran. Das ist inklusive mit dem Preis dabei. Das wäre jetzt am Samstag. Und Samstag haben wir richtig kristallklare Wasser. Richtig glatte See. Wer noch Lust hat, einzusteigen auf ein Schiff, einfach über WhatsApp anschreiben oder bei Fred bei unserem Stand vorbeischauen. Das geht auch. So Freunde, macht euch bereit. Jetzt nach den Herren werde ich jetzt einmal... Einmal machen. Boah, hier sind richtig viele Bienen. Ich habe gerade Glück gehabt, dass ich nicht draufgetreten bin. Wow! Robin! Ich habe gerade gebunden. seitdem Sack ist ein bisschen funktioniert, wollen wir jetzt nicht in die Zeit. Jetzt muss ich die Kamera. Teşekkür etsinn. Jetzt neuerl ihr nicht? Du w inning. Ich habe jetzt hier? Jetzt komme ich hier. Wie hängt mit dem? Wie hängt die Zeit? Also sind die Zeit. Wie? Also wie ich hab ich Leute. Can ich lebe? Ich kann das noch einmal also. Ich kann das noch einmal machen. Als ich sage. So geht die Zeit først du langs. Das ist ja so, ich kann das nicht mehr. Okay. Sofern ich kriege jetzt gerade das Ding hier an. Als ob ich jetzt Blut abkönne komme, sanki kann ich nicht mehr. Ich hoffe, dass reicht ja. Mein Arm ist groß und kleine Schüttchen. Okay. Weil die Karte sehr gefährlich ist. Und die Karte ist nicht so, dass ich die Karte nicht mehr so. Das ist aber nicht so. Aber du hast mir einen guten Video. Okay, du kannst dich an. dass man sagt einen lieber aufbauen ein anderer was man sieht das kann man sehr gut ich bin man müsste einen von die 3 8 8 3 3 8 9 8 8 8 Ich habe nicht so viel zu sehen, man könnte es nicht so viel zu sehen. Man kann so viel zu sehen, wenn man die ganz so viel zu ziehen, geht es so viel zu. Dann függen wir die Schrauben. Das ist hier in der Karte. Dann függen wir die Schrauben. Schrauben wir die Schrauben. Ich bin der Schrauben. Schrauben wir den Schrauben. check check bravo ich habe keine Kraft mehr alles wegen dir du hast mich voll aus dem Konzept gebracht echt jetzt morgen machen wir zu zweit